Mit den Gleichungen der Kinematik konnten wir den freien Fall beschreiben. Was ändert sich, wenn zusätzlich zur Fallbewegung noch eine Bewegung in x-Richtung hinzukommt? Hallo und Willkommen zu Basiswissen Physik, unser heutiges Thema Bewegung in zwei Dimensionen. Wenn sich ein Objekt in einer Dimension bewegt, lässt sich dessen Bewegung mathematisch gut durch die Begriffe Beschleunigung, Geschwindigkeit und Ort spezifizieren. Wichtige Beziehungen zwischen diesen Größen finden Sie hier aufgelistet. Die Beschleunigung ergibt sich nach Newton aus der Kraft. Wenn sich ein Objekt zum Beispiel in zwei Dimensionen bewegt, lässt sich dessen Bewegung vektoriell aufspalten in eine x- und eine y-Komponente, die unabhängig voneinander sind. Für jede der Komponenten gelten dann die einfachen eindimensionalen Gleichungen. Lassen Sie uns diesen Sachverhalt am Beispiel eines Skispringers diskutieren. Ein Skispringer springt mit der Anfangsgeschwindigkeit 72 km pro Stunde waagrecht am Anfang einer schiefen Ebene ab. Nach welcher Zeit landet er auf der schiefen Ebene und wie weit ist die Landestelle vom Absprungpunkt entfernt? Wir vernachlässigen bei unseren Betrachtungen den Luftwiderstand. Wir spalten die Bewegung des Skispringers in eine x-Komponente und in eine y-Komponente auf. Die y-Komponente entspricht dem freien Fall. Die Bewegung in x-Richtung, hier rot gezeichnet, ist eine gleichförmige, nicht beschleunigte Bewegung. Die Geschwindigkeit vx ist konstant, beträgt 72 km pro Stunde oder 20 m pro Sekunde. Unsere Gleichung für den Ort in x-Richtung vereinfacht sich dann zu sx ist 20 m pro Sekunde mal der Zeit. Die y-Richtung, hier dunkelblau gezeichnet, entspricht dem freien Fall. Es ist eine gleichförmig beschleunigte Bewegung mit der Beschleunigung 9,81 m pro Sekunde Quadrat der Erdbeschleunigung. Die Geschwindigkeit in y-Richtung erhöht sich also ständig und die gefallene Strecke geht proportional zum Quadrat der Zeit. Die Rampe ist um 45 Grad geneigt. Das bedeutet, der Skispringer landet dann, wenn die zurückgelegte Wegstrecke in x-Richtung gleich der zurückgelegten Wegstrecke in y-Richtung ist. Wir testen die beiden Gleichungen für den zurückgelegten Weg in y-Richtung gleich und erhalten eine Flugzeit von 4,1 Sekunden. 4,1 Sekunden nach dem Absprung landet der Skispringer. Er hat in y-Richtung und in x-Richtung die Strecke 81,4 m zurückgelegt. Die Sprungweite, also die Länge der grünen Gerade, lässt sich nach Pythagoras berechnen. Es ergibt sich 115 m. Komplizierte Bewegungen in mehreren Dimensionen können also vereinfacht werden, indem wir die Bewegungen in unabhängige Komponenten aufspalten und diese Komponenten separat betrachten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.